Herzlich Willkommen! Zu den Grundfunktionen eines Dokumentenmanagementsystems gehört sowohl das sichere Archivieren als auch das fristgerechte Löschen von Dokumenten und Informationen. Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist Letzteres verstärkt in den Fokus gerückt. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten Bitfarm Archiv für ein datenschutzkonformes Löschkonzept bereitstellt und wie das DMS Ihnen gleichzeitig dabei hilft, Ihren Dokumentationspflichten nachzukommen. Mit Version 3.6.1 hat Bitfarm Archiv ein umfangreiches, sogenanntes Document Lifecycle Management implementiert. Es regelt die Aufbewahrungsfristen aller Dokumente und sorgt automatisch für deren Löschung, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Damit dies gelingt, muss zunächst einmal definiert werden, welche Lebensdauer Dokumente im DMS haben sollen. Manche Dokumente dürfen beliebig lang aufbewahrt werden. Andere, insbesondere die, welche personenbezogene Daten enthalten, müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt gelöscht werden. Dabei sind mehrere Faktoren zu betrachten. Einerseits gelten gesetzliche Aufbewahrungsfristen, andererseits betriebliche Erfordernisse, welche den Löschzeitpunkt definieren. In entsprechenden Fachgremien definiert der Kunde zusammen mit einem Datenschutzbeauftragten diese Anforderungen, welche dann vom Administrator des DMS konfiguriert werden können. Im einfachsten Fall regeln sich Löschfristen anhand der Dokumentenart. Für kaufmännische Dokumente wie Rechnungen gilt die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren. Für Gebäudepläne hingegen ist die Aufbewahrungsfrist 30 Jahre. Gründungsunterlagen einer Gesellschaft sollten gar nicht gelöscht werden. Über den Administrator lässt sich dies für jedes Archiv und jede Dokumentenklasse passend einstellen. Das DMS vergibt das Löschdatum bereits im Moment des Archivierens eines neuen Dokuments. Im Viewer, das heißt im Bereich Lager und Archive, ist auf dem Reiter Standard für jedes Dokument ersichtlich, wann der Löschzeitpunkt erreicht ist. Es besteht die Möglichkeit des manuellen Eingriffs für entsprechend berechtigte Benutzer. Ein Lehren des Löschdatums unterbindet die automatische Löschung. Über das Menü Werkzeuge kann für Dokumente die vorgegebene Löschfrist auch wiederhergestellt werden. Auskunft darüber, welche Dokumente demnächst zur Löschung anstehen, erhält der Administrator über vorkonfigurierte Lesezeichen. Außerdem wird aufgezeigt, welche Dokumente die normale Aufbewahrungsfrist des Archivs bereits überschritten haben. Hier wurde offenbar eine abweichende Löschfrist gesetzt, wie wir auch aus der Historie des Dokuments entnehmen können. In vielen Fällen richtet sich die Aufbewahrungszeit eines Dokuments aber auch nach betrieblichen Abläufen und kann im Vorfeld nicht pauschal definiert werden. Ein Beispiel Im Personalwesen werden zu einer ausgeschriebenen Stelle Bewerbungen im DMS gesammelt. Nach Ablauf der Frist, Vorstellung und Bewertung der Bewerber fällt die Entscheidung zugunsten eines neuen Mitarbeiters. Dessen Bewerbung soll nun so lange aufbewahrt werden, wie er für das Unternehmen tätig ist. Die anderen Bewerbungen müssen unverzüglich, das heißt mit einer vertretbaren Frist, gelöscht werden. Hier setzt die Kopplung des Document Lifecycle Management an den Workflow des DMS an. Um den Zustand der Bearbeitung eines Dokuments in Bitfarm Archiv zu symbolisieren, werden, wie im Video Workflows bereits gezeigt, die Statusbuttons verwendet. Der Administrator kann über den Knopf DLM aktive Elemente, jeden Statusbutton und viele Zusatzfelder mit Funktionen zum Setzen der Löschfrist versehen. Hier setzen wir für den Status Abgelehnt eine Löschfrist von 4 Wochen. Der Status Eingestellt hingegen bekommt als Eigenschaft, dass er das Löschdatum leert. Ein weiterer Knopf Talent soll ebenfalls das Löschdatum leeren. Zurück zu den Bewerbungen, die noch auf ihre Bearbeitung warten. Das Setzen des richtigen Status ist Bestandteil der Bearbeitung und erfolgt abhängig vom Workflow, entweder direkt vom Entscheider oder der betreffenden Fachabteilung. Diese Bewerbung wurde angenommen und der Bewerber eingestellt. Der Status Eingestellt bewirkt, dass keine Löschfrist gesetzt wird. Andere Bewerber wurden abgelehnt. Das Setzen des entsprechenden Status bewirkt hier die automatische Löschung der Bewerbungen in 4 Wochen. Ein Bewerber musste zwar momentan abgelehnt werden, ist aber möglicherweise in der Zukunft noch einmal interessant für das Unternehmen. Deshalb möchte die Personalabteilung seine Bewerbung aufbewahren und setzt den Status Talent. Obwohl auch abgelehnt aktiv ist, wird die Löschung ausgesetzt, da Talent in der Konfiguration höherwertiger ist. Sicher ein vereinfachtes Szenario. Dennoch zeigt es, wie die Löschfristen in Abhängigkeit vom jeweiligen Unternehmensprozess maßgenau gesteuert werden können. Die getroffenen Einstellungen in den verschiedenen Bereichen erzwingen die Einhaltung der Datenschutzvorschriften. Auf Seiten der Anwender ist dazu kein Expertenwissen erforderlich. Sie benutzen einfach weiterhin die Ihnen vertrauten. Für Unternehmen ab einer gewissen Größe besteht über den Umgang mit personenbezogenen Daten eine umfassende Dokumentationspflicht. Bitfarm Archiv leistet hier mit dem jederzeit auf Knopfdruck erstellbaren Report der effektiven Dokumentenaufbewahrungsfristen einen wertvollen Beitrag. Die Erstellung und fortlaufende Pflege des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten wird im Hinblick auf das DMS zum Kinderspiel. Bis hierher wieder einmal vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.